so das ist hier jetzt meine neue kiste hier neuer monitor maus tastatur und da ist der andere da ist der andere laptop die anderen habe ich gerade im anderen zimmer aber das nehme ich jetzt gerade hier bin ich jetzt gerade am streamen und nachher lade ich das video hoch damit ihr ich wollte nur dass ihr das mal seht meinen neuen computer ja jetzt ist gut